Musik Es gibt definitiv noch gute Fische in den Munkern. Das ist alles gut. Und die sind alle hinter uns. Aber die großen ... Die sind alle hinter uns. Die sind alle hinter uns. Ja, und dann haben sie verliebt. Ich bin jetzt ein Wachstum. Oh, ich mag das jetzt. Und das ist ein Wachstum. Wenn? Ich bin auf Saturday. Annen. Amberjack. Bunny. Inspired Fisch. Man. Ich muss die Backstelle gucken. Ja, das ist ein. Funny. Das ist ein Sider. Ja, ein Sider. Ein Sider. Ein Sider. Das ist ein Sider. Ich denke, das ist ein Sider. Vielleicht wird es ein Sider. Ja, ich habe es gesagt. Ja, ich habe es gesagt. Ja, das ist ein besserer. Ja, ich habe es gesehen. Ein Wingspp. Wie an der Ichiban? Ja, ich bin. Ja, das ist ein Bedeck. Oh, 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 oh. Oops. Okay. Ah, not eating my ass, I think. Ah, das ist halt, wie es zu catchen. Haha, ha, ha. Wow, das ist wirklich schön. Ja. Ich denke, der Fisch fühlt sich sorry für mich. Er hat sich nicht so lange gefangen. Wir werden heute heute essen essen. Das Rad ist nicht so... Du hast einen Lighten. Das ist eine gute Fisch. Das ist eine kleine Fisch. Ja, das Fisch ist sehr gut. Das ist ein Yellow Fisch. Wollen wir den Weg? Nein, nein. Nein, es ist gut. Ich habe mich nicht so, ich habe einen Warton oder so. Das ist ein bisschen mehr Visibel. Das ist ein Bonny. Das ist ein Bonny. Oder ist es ein Sider? Bonny. Bonny. Oh, ich habe ihn auf der Seite. Bonny. Oh, du hast ihn in der Mouth. Und dann ist es auf der Seite. Das ist gut. Das ist gut. Das ist ein Bonny. Ein Bonny. Ein Bild von ihm in der Seite. Das ist auch auf der Seite. Du hast ihn auf der Seite. Ja, ich habe ihn auf dem. Ja, ich habe ihn auf dem. Es war ein Bonn. Okay, ich habe ihn auf dem. Ich habe ihn auf dem. Ja, das ist ein großer Fisch. So Adam, das ist jetzt ein Geheimnis? Das ist ein Ruckaar. Ja, ich werde es da. Ich werde es auf dem Fisch geben. Das ist das die Lerbe, die du hast? Das ist ein Dropshot. Das ist ein Fisch. Ja, aber ich habe das Lerbe das Lerbe all die auf und ich habe es in der Bedeutung. Ich habe es in der Bedeutung. Er ist in der Bedeutung alle Fisch. Wir haben die Bedeutung. Schleifte die Bedeutung. Ich habe den Bedeutung. Das hat sich ein Fisch. Ich denke, es ist ein Ruckaar. Das muss ich draufhalten? Ich kann es nicht mehr folgen, aber es ist ja Es ist ein großer Emberjack, ich weiß nicht, dass er es ist Ja Ich werde ihn für ihn, wenn er ihn wieder geht Das ist ein großer Fisch Du willst ein Bucket? Ja bitte Schau. Du musst es aufpassen. Das ist super. Fisch auf der Jahr. Ending auf der Cracker. Christmas Cracker. Der Camder. Wir haben Lino auf dem Helm. Und der Komodo. Absolutt mayhem. Komm in. Ja. Komodo mit der Metallic Jigging God. Und der Slow Jig. Pink Zebra. Ja. Absolutt beast. Not sure yet. I think it's going and finding the rocks. Ja, you'll have to get it off the bottom then. Ja, it'll come just now. Ja. 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 Ich habe den Rott geschlagen! Ich habe den Boden gehört. Sie sind Unsicherheit ist. Sie hat den Rott gefangen. Sie hat den Rott geschlagen. Ich habe den Rott gefangen! Ich habe den Rott gefangen. Ich habe den Rott gefangen. Sie haben gesagt, Sie haben ihn nicht, weil ich gerade den Rott gefangen habe. Sie haben dieses Fisch ausgefangen. Sie haben einfach nur eine Rott. Es hat sich ausgerissen. Es war die Rott gefangen. Wenn ich mich nicht mehr so schlafen, dann muss ich es abhängen. Ich habe das Stil aus dem anderen. Das ist das was mich beschäftigt. Ist das sehr gut? Nein, ich habe es nicht mehr mit dem Thumb. Das ist es wichtig. Ich werde noch ein weiterer Blick auf. Das ist das. Wenn es ein weiterer Schritt geht, dann wird das nicht mehr so schnell. Ich bin ein weiterer Schritt. Ja, ich bin ein weiterer Schritt. Ja, ich bin ein weiterer Schritt. Oh, man, 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 man. I just want to get it around. Okay, I won't go down. As soon as that wind came up. It needed that wind for that fish to come on. See color? See color. It's not as big. Not big? No, it's not big. It's an amber. Yep. Kingy. That's a kingy. Small one, not even a big one. No, it's a sideway. No, it's that sideway. No, with a jig, you get the double. Oh, I'm trying to get it. Yeah, I'm trying to get it. Yeah, kingy. Can you make a picture? Awesome. We were just talking about that. It's trash. It's over. Yeah. It's a little place now. Yeah, there you go. OK, hold it there. Beautiful. One more. Thank you. Oh, check it in behind you. Check it out. They're going crazy behind you there. Go ahead. Turn, 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 turn. There you go. Now we need... See them, yeah? You need what? Fish for curry. Yeah, see? Coop, coop. See? Otherwise, I'm going to come see. I'm going to call you. I'm going to get a... I only want to try one of those big... Oh, there you go. Hit you. I'm right there. I saw it too. Oh, foul. Yeah, but it's... That's a spot. Try to open this thing right above. Go, 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 come, come. I think it feels like another one of those kingies. I think it feels like another one of those kingies. I think it feels like another one of those kingies. This is a fish. Yeah. Right. Get a bit of a... Get a bit of a steam train, man. Get a bit of a steam train, man. I think I'm a... I think I'm a... This is a steam train. Right now. This is near a bit. I took over the driving this day. You're just barking with your... Chopping. I'm taking over here. I was trying to skip this. I didn't help you to skip that. See, the crow is getting old there now. He's struggling, you know. Yeah. I'm going to make a fry with this crow. Let's see what it is. Color. Oh! Ember. Almakurjak. That's a lack of fry. Almakurjak. Nice. We didn't have too much time this morning at number one. Spent about an hour there. There's a lot of big fish on the sounder. I haven't hooked a reporter, a big one for most of the time we were out there. But, yeah, we're heading inshore now. The wind has picked up and we're going to do a little bit of inshore fishing. And then... And then caught it in the morning. Right? Can't chill out here. Oh! Got a shed. Yeah, you just hang it over the side and you got a shed. Have you? Yeah. Hey! You did it! That's... That's what you saw. Oh! Don't drift this. Come on. Eh? You're surprised what blocks you have. You don't put it away. Yeah. There we go. It missed it. Oh! On! On! Shed. Yeah. Check it there. Look what's left on my lower here. Check here. There's too many shad. Watch here. Yeah, look at that. Yeah. There we go. Yeah, they're on yours as well. I don't need the cubs to it. That really killed my lower. There we go. Even with a half lure. Yeah, there you go. Oh, I think it's a shed. Yeah, it's a shed. All right. I hope you take sight. Hey, Cubs! First drop! Cubs! Yeah. Cubs! Cubby! There you go. I'm feeding your skipper. There you see. Skipper! Yeah, I can only catch the shad fishes. Oh, there I go. Oh, I'm not ready. Yeah, what is that? Oh, I'm going to smash me. You've got chases ready, mate, guys. Nah. We catch him on the drop shot. I got a drop shot here. I don't know what. I might have to go the heavier thing, because we're drifting very fast. You want heavier? Nah. Check it. Nah. I'm not good. Nah. Chadfish. Skinny. I got paid for the skipper now. First drop. Skinny. Skinny shad. Yeah. Good to see that they're back, though. I need to get paid for my January trip. Okay. What do I got? Oh, there's a cop. There we go. Oh, there's a cop. Oh, there's a cop. Oh, there's a cop. So, three cast, five fish. Oh, there's a baby one, man. Three cast, five fish. I'm going to break a record here today. Three cast, five fish. Oh, I'd rather this cop all like this. Seven fish so far, at least four. I'm stealing some of your chocca. I'm putting chocca on there now. Let's see what happens if you put chocca on there. What do I need to do to catch a bigger one, man? I don't know. Just keep trying. You're not even using a sinker. I'm using a chocca. Oh, a jig hat. Hey, video it. He's using a chocca on a jig hat. It looks like that glow. Yeah, but I was using the glow. I've just put that on now. It's the first time. You know, as soon as you said that, now fine. On the bottom. I think we drifted. Okay, no, we didn't look. They're very shy in the low. Is it me you're looking for? Yeah, I can feel it. Now I can feel December like. I'm on the beach like on the south coast. Key December. Okay, I got one. I want one more. So I'll wait there. I want to go down. I want one more key. Let's see. I'm getting hits there. I want one more. There we go. Oh, this one is big. That's better now. It's awesome. Come on, man. That was a big fish. That was a big fish. That was a big fish. I got one, yeah. Check. I'm just waiting for another one. That was a big fish. Now it's going to tangle you up. Yeah. Copy. 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 No, it's a nice one. Yeah. There we go. There we go. There we go. Better one. Yeah. Yeah. To win, to win. Oh. Yeah. Yeah. Auf geht's. First time. Link here is a cutting point. A cutting blade. Sad fish. Ja. Sad fish. Wie ist das? Was ist das? Ich glaube, es sieht wie... A lot of fish sind folgen. Ja. Shad. Shad fallen. Oh! That was cob fallen. This is a Chinese bone. Ja. That was Shad, the last one. Nice to do a video here with the camera inside. Go ahead, I'll put it in. Get a gillet from here to the beach. Lani. He's making me go mad here now, man. Video dead later. Okay, we mustn't talk. We're just doing some testing with a flash blue spawn. We're just seeing what's in the shallows. There they come. 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 I think they've eaten all my bait because I just stopped getting bites. There they come. There they come. There they come. There they come. These things ate all my bait. I'm going to catch them on just a... I'm using these. The leaf chick. I'll just give it a try. FSDK jigs. The leaf jig is quite a bit wider than most of the other jigs. The leaf jig has got a far more erratic action than most of the other slow jigs available. See it's a lot wider. And... Some very nice... Sistooks on there. These little glow skates on there as well. Nice job. It's 20 gram. Like a common five grand. A common five grand. Yeah. There we go. What do we got? Better size. Sad. Double up. Two. Double up. Double up. Double up. Yay! Hey! Das ist ein bisschen schade. Du glaubst es, Adam? Alright, da wir gehen. Mal sehen, was ich auf die Slow Jink habe. Was ich auf die Slow Jink habe? Ah, das ist ein Schad. Ich bin ein Schad. Glücklich, sie haben sie zu lassen. Du willst nicht verlieren, weil sie schade sind. Ich weiß nicht. Es ist sofort. Aber ich muss die Schadenscheinchen finden. Oh, da wir gehen. Oh, da wir gehen. Oh, da wir gehen. Ich habe das noch ein Schad. Es ist ein Schad. Ja, ja, schau dir das. Das ist ein Schadenscheinchen. Ja, das ist toll, aber ich weiß nicht, dass es ein Schadenscheinchen ist. Das Schadenscheinchen ist ein Schadenscheinchen. Wir werden die Schadenscheinchen auf den Weg runter. Wir sind auf die Gange, Adam? Ja. ными. Das ist ein Schadenscheinchen. Auch hier. Ja, das ist ein Schadenscheinchen. Hier sind wir. Ja, das ist ein Schadenschen. Hier sind die Schadenscheinchen. Hier ist ein Schadenscheinchen. Ah, ich kann es dir nicht umschlafen. Ich habe das hier einen Schadenscheinchen. Ja! Ja! Ich bin in der Sehne Beach. Absolut Mayhem. Es ist nicht so lange, es ist nur 6 Meter. Auf, auf, auf! Auf, auf! Auf, auf! Auf, auf! Auf, auf, auf! Ich war einfach nur ein Baby. Ja, aber diese Sachen funktionieren. Lief Jig. All right, ich bin da. Ich bin da. Das sollte ich bereits sein. Ja. Ja, okay. Ich liebe sie hier. Ich bin da gleich. Ich habe die Staf hier. Ja. Ja. Ich bin da. Ja, ich muss hier aufnlingen. Heuaçãost hat er ein. Ja, ich bin da. 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 Ich habe da gezwungen. Okay, ich bin da. Ich würde mich mal aufhören. Ich habe schon einen großen Hecht. Es gibt definitiv ein paar große Hecht. Ja, ich denke, nur die kleinen Hecht zu werden. Sie sind wirklich ein bisschen schlafen. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Wir sind in der Spotter. Baby. Ja. Wenn Sie sich dann weiter an, dann zu setzen. Um stehe weiter. Okay, ja. I tried that, but I think they're just chasing the boat. Sad. Yeah, this one feels a bit better. No, they're following the boat, yeah. Adam, the brown one is yours? No. We're going to bury them. Yeah, look at that little shark. Put your fingers around and see if they can bite. He's chewing on that. How's that? Get a little close up there. Baby. I don't like that. Man, I don't know what it is. Let's get to the bottom now. Let's hope his mom is here. I don't know. Yeah. Man, it hits the bottom and we're on. Yeah. And we're off. I need to strike harder with this. Sad. Just sad. Hey? Yeah. 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 I'm just trying to keep this. I'm just trying to keep this. See. Oh, yeah. Feeling on. Feeling on. Feeling on. That's, I think, my biggest one. So far. Oh, look at them behind there. That's a size of one. Yeah. Yeah. That's so interesting. I'll give you two small ones if you want. No, no, no. That's so easy. Das ist zu klein. Alter, ich habe ihn! Schadfisch! Ich habe ihn nicht mehr. Ich habe ihn noch nicht mehr. Ich hab ihn noch nicht mehr. Es ist gut. Go on, go on, go on. You want a big one? Here's a big one. How big is the big one? How come Lionel will be that big one? Because he's asking for it. I want a big one. He asked for everyone. Alright, my last drift is going to be with a very small slow jig. Okay, and the FSTK slow jigs are new on the market. Coming out any minute now. This is a little 10 gram. Beautiful, beautiful little jig. 7 gram this one. Catching the motor. I want to get past it then I can move. Come on, we're not unspotted. Shad and everything are gone. The wind is getting crazy though. We're going to be sheltered, yeah. It would have been bad offshore I think now. Yeah. The drift would have been massive. The land would have enjoyed it. The fish? The fish? Yeah, it's fish on there man. Sad fish. Oh there we got him. Oh man. Two rods. Four rods. Nice. Oh there we got him. What do we got? What do we got? Ah, sad. Sad fish. Hey! Shad fish bro! Shad fish. Shad fish. Under the slow jig. Under the slow jig. Under the slow jig. Under the slow jig. You're, 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 you're. Yeah, the cover. Double! No. Slow jig, bro. And the shad was chasing this thing up. Oh, come on now. Oh, the sun's going up. Yeah, we're on the spot. Yeah. There we go. Come on. Come on. Come on the road. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. It was a very successful day today. We had great fun wherever we went. But yeah, catching these little cobs on the little bait caster. But these little slow jigs was brilliant. I was also using a jig head as you might have seen there. And just putting a bit of chalk on. They were eating the plastics. The soft plastics. But yeah, the plastics were getting chired up by the, by the shad. And so were the jigs. The, 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 the jigs were not getting bitten off. But they were biting the, through. Eventually you'll catch like 20 or 30 of them. And then they bite through the systox. So yeah. It's good fun. It's great fun. Definitely worth getting out. You had a back line off Durman. It's full. It's final. It's good. T钟ics. The top one. So here.